hi und willkommen mein name ist an die europäer und ich begrüße euch zurück zu let's pay tales of westphalia wegen diesen richtig geistesgestörten federmausboss gekämpft und ja da war richtig dämlich die ganze zeit weg gerade ich kann ihn kaum treffen weil die die ganze zeit am fliegen sind und ja ich hoffe das kommt nicht doch mal weil es so ein bescheuerter kampf naja wir gehen einfach weiter ich habe wirklich es kommt nicht noch ein boss macht meine nerven nicht mit okay wofür denn da hinten eine wüste da müssen wir dahin so richtig doch gut Eh, viel Lampard. Ich würde es schickern! Nein, du bist nehm! Ich verstehe das. Die Städte besteht aus drei Chatcher. Was ? Die Städte in den Kirch backs der Städte ist die Städte. Die Städte der Städte, der der Städte der Städte, der Städte, der Städte der Städte. Was war schon nochmal? Was ist das? Was ist egal? Sehr gut. Ah, Ritas 3-Sekunden-Kocherei. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ritas 3-Sekunden-Kocherei. Ich liebe ja Dragon Quest, also ich liebe es nicht. Ich habe die Spiele, die ich gespielt habe, fand ich gut. Dragon Quest 9 war auch ein richtig gutes Spiel, aber die ganze Zeit diese blöden Sprichwort, diese Wortspiele. So einfach alle. Spiel übrigens wieder Raven. Es gab einen Ort, der hieß, wenn ich Snow Wüste, versteht ihr es, weil es eine Wüste ist. Wenn ich Snow Wüste, so wie in Wennis Snow Wüste, boah. Da gab es noch einen Ort, der hieß Schneebirien. Versteht ihr es? Sibirien, Schnee, Schneebirien, Engelsring, Watt. Da müsst ihr euch auf das ganze Spiel irgendwie so vorstellen. Ich habe mich so aufgeregt. So ein Mist muss ich nicht sein. So einfach alle. Seitdem habe ich irgendwie so, weil ich so ein Hass auch so Wortspiele. Da habe ich irgendwie noch andere Fähigkeiten. Tanzbär, sollte man die ganzen Dinger hier mal reinpacken. Geile Teile hier mit Messer und Schwert aus. Da ist sie da angeknüpft. Ja. Der war gut. War ein cool angriff. Neue Gegner bedeutet hoffentlich neue Sachen zum Klauen und Sohle. Zum droppen, sag ich mal. Jäger. Oh mein Gott. Ich habe jetzt erst mal bemerkt. Räger und Jäger. Das ist eigentlich viel zu offensichtlich. Sind ja noch mehr Gegner. Wo kommt man denn überhaupt weiter? Da sehe ich schon wieder irgendwas Neues. Ich habe irgendwas. Eine Krankheit, Lähmung oder so. Also gehen wir mal da rein. Und heilen uns. Ja, dass wir da reingehen. Das ist ja auch ein kaltes Köln. Aber ein kaltes Köln. Ich habe gerade einen Koch mit zu gedehren. Da. ich verarschen nannte mann ja 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 auch die ganze von so kuppel zu trennen jetzt ganz genau warum das passiert also nicht im original war anstatt irgendwie so katz ihn so zu programmieren wo sie mit drin vorkommen tun sie einfach von der zeit dann rausschneiden sag ich mal da hat ja schon ja meine sehr vieler ich merke jetzt von allen getrennt müssen also mann teig mann teig mann teig klingt viel besser mann teig hat irgendjemand den namen überhaupt schon gesagt ich kann solche räder so ist die wüste mann teig in der zahl anbotschaft hier für euch gewinnt zu zu fertigen fester ab vergesst das nicht ein bisschen lenken nein warum wir sind mir so lenken was reisen haben wir daraus nicht zu suchen geht zur gaststellung bleibt dort das ist es gut ich könnte es nicht ich bin das ist es ich glaube, ich bin völlig bereit ich bin wirklich bereit ich bin wirklich bereit es ist ich bin wirklich bereit du hast ich bin ein Pharaoh wenn ich in den Köln bin dann schau ich den grund für die tatenland trifft irgendwie gar nicht von zuge sind die ganze norm freestylen gleich noch nie mehr bekannt aber da ich stehe sie mit zonen oder wird heute kommen wir davor hat sie wüsste sich hier vorräten ein denken ich habe mich meine leute bei mir leute na und hier sind natürlich wieder neue sachen tödlicher übertritt haben sie jetzt mal wieder warten bis alle sind wir erst letztens in der stadt gewesen jetzt haben sie jetzt schon wieder neue sachen wie soll ich mir dann alles leisten haben wir ja schon wieder trainieren weil ich nichts dagegen habe übrigens ich glaube shoppen manche ausgeben hat dauert immer so lange wenn ich das on screen mache ich nehme an wird nicht mehr so viel passieren oder irgendwie sagt jeder andere auch いいのかうろうろしてたら新月過ぎちまってドンに叱られるぜ どうせ叱られ慣れてるし待たされるなら次の新月までだって待つわよ 新月は来月も来年も何度もあるんだから 気の長いお話で本当にそれでいいのかよ それでいいわけなんのが大人の世界にね まったく 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 適切な判断ができるのも大人ってわけよ 行かなきゃなんないってわかったら行くって まったくもん少し一緒にさせてよ おすけにどうぞ 当なってみたら 教の日何とは何か なってみたら 本気にしていくらです 教の日もないだってわけたら こちに なってみたら 迎何か まったく ない keine ahnung wo bist du denn jetzt gerade ja das passt noch eine kleine ich bin aber gut, aber es ist gut, aber es ist gut. Oh, ich habe es nicht so einfach gefunden, oder? Was? Ich habe noch einmal einen Moment, ich werde es sich um zu sehen. Ach ja, gut. Wenn ich gehe, dann gehen wir alle mit. Ach ja, so. weil ich verlasse statt wenn wir nicht zu erledigen ist nein fast statt auch wenn du was zu überlegen haben solltest ich habe schon weiß in ordnung ist ich habe nichts schief gegangen was soll ich tun da muss der koch ich habe hier die ganze zeit so ein koch mit so rum wabbeln gesehen kann es sehen da hinten hat euch war macka es ist so heiß hier berühren meine rüstung meinen helmen könnte ein spieler darauf warten was geht ein brille weg geschwitten und blickwunden du bist ziemlich gut so zeige ich dir wie man kocht es hat gern curry ihr werdet das jetzt umüben da setzt die zutaten für das rezept erhalten ich muss los wir sehen uns danke weihnachtsmann naja der wüste durchqueren will muss genügend wasser mit sich führen wenn man nicht genug trinkt verschrumpelt man bald wie eine bumi mit rieter und fertig ich dachte wir schon gegangen ja ja Was? 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 Mann, Mann. Es gibt keine Ahnung von uns. Eifried? Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass wir uns in der Welt leben können, Eifried ist das eine der größten Worte. Es tut mir leid, dass ich mich mit einem Gehirn verletzen kann. Könlein, bitte nicht vor uns. Ich weiß nicht, dass wir uns vor uns kommen. Wenn wir uns das letzte Mal machen, wenn wir uns die Gilderinnen machen können, dann wird es nicht so gehalten. Die Gilder, ist es ein Schuss für die Welt der Welt. Das ist ein Schuss für die Welt. Ich weiß nicht, was das? Was ist das? Was ist das? Was ist das, wenn wir die Schuss für die Gefühle, die Flüchtlinge fliehen. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 und deswegen musst du mit uns kommen bei uns patienten immer verrückte sachen da ist rieter ich habe ich neue gesehen also hier wo ist rieter ich halte das nicht mehr aus warum so ein jahren müssen wir ein ort wie diesen auf die bürger aufpassen das ist ein boden genau von meinen augen einen brunnen mich doch bloß diese kochende rüstung ablegen und hineinspringen könnte wenn sie einfach ins wasser gehen hallo ja 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 ich habe meine gruppe wieder bei mir damit ich auch einkaufen kann ist auch komisch an dieser stadt oder schließen ihre häuser und dann die ganzen soldaten und geht hier noch ab keine ahnung wir müssen sogar städte bei sich der mann rieter ist drin okay vielleicht mal da reingehen und gucken ja ich bin ja du gehst mir auf die nerven aber du musst das ding wieder aufzusprechen ich bin Ich möchte den Barsch abstehen. Ich weiß, dass die Stadt der Barsch-Muggen ist. Ich weiß, dass das Barsch-Muggen die die Stadt der Barsch-Muggen ist. Ich habe das Problem, dass ich jetzt so geholfen habe. Dann schaue ich das Barsch-Muggen? Ja, ich möchte das so machen. Ich möchte das so machen. Ich möchte nicht, dass ich nicht. Ich möchte, dass ich es so machen. hat mich nicht was liebe sowieso antworten wir es dann entscheidung sein wird wir sind sieben betten wir sind sieben leute und ein hund also ja schon sagen dass wir peter eigentlich seine reise reihe können als informationen austauschen jetzt wahnsinnig ein bisschen spätere arbeit carol これを どうしたねしてる突然 仕事の報酬です 高値で売れると思いますここまで ありがとうございます 何言ってるのまだ s 10の依頼は終わってないのに みんなとは ここでお別れです お別れって あんたはどうすんのよ 一人で行く気か 私の個人的な願いですから 何言っての 危険だって だからです これ以上みんなを 私のわがままに巻き込めません 義をもってことをなせ 不義には罰を 僕たちの起きてたね どう考えても エステル一人で砂漠のまんまん中に いかせるのはフーギーね 俺 起きてを破るほど ドーキューはねえぞ なあ カロル そういうことのようだけど そういうことのようだけど 私とても嬉しいです でも やっぱりダメ いや 絶対に 絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対が 自然なめてない やばいからこそみんなで行かないとな 僕怖いけど エステルをほっとけないよ なんとか言いなさいよ ここでごねたら 俺一人であの街もどんないとダメでしょ それもめんどくさいのよね まったく 本当たちときたら どうしてもいくの はい 私 考えたんです みんな 自分たちのやるべきことを探して やりたいことのために 頑張ってる 私はそんなことを考えてなかったかもって 私はこのモンスターを 見るべきことを見つけなきゃって思ったんです そのためにも 自分で決めて 自分から始めたこの旅の目的を達した これは ケジメディもあるんです わかったわよ ハイローじゃないの 砂漠中央部 え? こんな頑固な連中 もう私には止めきれないわよ リタ リタこそ ついてくる必要ないだろう エアルクレーネ調べるんじゃないのか あんたたちみたいなバカ ほっとけるわけないでしょ エアルクレーネは逃げないんだから 後でまた行くわよ ただし この街で ちゃーんと準備して 万全で行くわよ 迷惑かけて ごめんなさい この旅の最初から こうなる予定だったろ うん ありがとうございます あれ? ジュディスは? 話はまとまった? とっくに どうするの? 行きます サバクの中央部に だと思って 準備をお願いしておいたわ やどやでかしてくれるそう この街から出る前に 十分に休みを取ったほうがいいよね おっさん 休んでばっかり そうねー 一緒にそいにしてくれる? なはんと? ねぇ 食べて欄にあげて vorzeigegatten war nicht außer da ich bin schon ich bin immer noch da sagst du auf irgendwie fand ich diese katzen gerade irgendwie fallen sinnlos war aber vollkommen klar dass genau so abläuft ich meine hallo kreuzbrecher hat es schon wahrscheinlich nicht so stark eigentlich da mag schon das glaube ich nicht stärker da ist noch für dich ne combo plus nova mit überall mit bus vollmetallstab und gerai hat haben wir also erstmal ausrüsten ich nicht vergesse noch mal gucken ob alles gelernt haben ja und zauberst du hast nichts neues eine neue waffe jude hat eine neue waffe also das so schnell wie möglich jetzt weil ich das noch nicht so viele waffen so equipped 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 dann helme wenn ich aber die verteidigung aber auch nicht so was sind sie bei haarei repeat kanälen selber gut ausrüsten gut so alles perfekt so rüstung keine neue für juri zweifelste und raven einmal kein geld warum sind nicht richtig sortiert so sehr gute waffen rüstungen so 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 schnell wie möglich alles zu erledigen weil ich muss ein paar sachen verkaufen so jetzt kann man für ihn auch einkaufen das kann ich wahrscheinlich wie eine million sachen herstellen so warte meine taktus nase aber wir sagen wir sind nicht so viele sachen zum herstellen stecher euch dafür kaktus nase wahrscheinlich wieder voll irgendwie farmen ja von den viechern außerhalb der stadt kommen plus und ich habe so gut wie kein geld wieder wie mache ich dann nur immer wieder hallo die sachen aber mehr ich habe wahrscheinlich alles verkauft gesammelt und dann noch nicht verkauft nehme ich an mit mein von der sicher für seine sense die wir ja verkaufen wird man ein bisschen mehr geld kriegen aber nö so bitte sagt mir hat reich da ist so haben wir hier neue sachen herz königin da kann man sogar dutzende von herstellen wollen heilungs vorrat ein freund um etwas kapitel zurück zu gewinnen mein abwehr gegnerischen angekommen tp wieder was obwohl kohle sachen was haben wir alles große tasche heikling wenn der überraschungskämpfer ok 10.000 gott und die haben wir noch mal gladiator also eine grüne tasche kohl ist die gleiche marke gold andere farbe da gibt es noch andere sein die wir herstellen können scheinen auf screen wieder farben ja alles stecher plus 1 verarschen flammestein wo solchen werden erkriegen hoch zu regi und er begann als drachentod elementar tödlicher obertritt er hat gar keine waffe verkaufen wir haben ein paar sachen ich habe immer weniger von einigen sachen ich sag für immer schon auf 15 runter aber ich brauche nicht mal irgendwann so 100 sachen von irgendwas solchen damit rechnen und ich hatte ja alles brauche sie sehen wie schon fünf sachen oder so mehrmals kaufen auch waffen mäßig war ich irgendwie jede waffe irgendwie auch um irgendwas herzustellen weil mich tor irgendwie so lange noch irgendwie kämpfen bis ich irgendwie alle sachen gelernt habe und dann könntest du meinig wird dadurch irgendwie noch genug geld bekommen ruf aber dahin jetzt mal wenn ich irgendwie am nächsten shop oder so lange habe ich immer noch nicht genug geld versteht nicht so kommen ich soll jetzt genug geld für alles haben flammestein kann ich mir hoch zu roger sind schon wieder zwei stück sowie plus 1 brauche ich dafür so fahren kann ich wieder nur ein da sind genau die gleichen sachen wird okay davon bräuchte ich zwei aber okay warum soll ich dann einen nutzen am solchen zirurgi plus eins benutzen wenn ich das einfach nutzen kann hallo natürlich irre da gehört weiter kreuzbrecher plus 1 wir haben schon beide auf hoher alle lm big hat er kriegt wieder wie irgendwie sowas mit einer art das art kann durch mehrmaligen verwendungen erlernt werden ändert eine art das art kann ich mir immer die verwendung erlernt werden okay zahnarge zack mal marie plus zwei elementar oder wir stand zwei ja das hier bitte geld ist so viele sachen nicht nur herstellen muss er scharf richter kriegs ab ohne stärke plus zwei das hätte ich gerne ausgegangen bogen vielleicht ausschalten sein für den bogen sagt mal dreck kann ich mir irgendeinen davon herstellen ja okay also wenn wir sind die gaststätte ist irgendwas passiert in der stadt patty noch hier kommt eine katzen hier sich an nachgucken hey du bist neu wovon muss ich einen weiten weg auf mich nehmen und dann in diesem gott verlassen ort zu landen natürlich auch bei viel vom chef da ist etwas im busch ich werde ich den den resten bedienen der übrig gelassen hat so als wortwörtlich was im busch ich hatte irgendwie so da ist böses im bursch oder irgendwie soweit ich glaube ich bin kurzer part bin nach dem part wieder ja wenn ich anfangen zu grinden die sachen alle lernen dann sehen wir am nächsten part wieder vorbereitet mann teig ja 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 ich hab da ich hab auch nur gerade so viel gehabt und manche ja da hat auch die sieger mietzke sie er sagt eine gaststätte mit bohr sieben betten in einen raum ich meine da könnte man aber jetzt jede gaststätte in rollen spielen sagen warum ist das warum steht das teil dahinter da 理由があるか存じませんがやはり砂漠行くのはおやめになった thank you でもみんなで考えて出した結論だからな そうですか ではお約束のもの 水道 こんな小さいの 十分じゃない そうね さばくに生えているある種のサボテンは水をたぶに含んでいるから そう そこからこまめに水を補給すればこれでことたりるの よく知ってるわね ありがとう ごめんなさい 助かります いいえ いいえ それらは差し上げますので遠慮なく使ってください ここを出て すぐそこの分かれ道を右に曲がった月あたりに水があります そこで水を組んでいくといいでしょう わかった ところでさ ここにいたあの騎士 なに? ずっと見張られてて おさん緊張しちゃったよ 嘘ばっかり あれは監視です 住民が外から来た方と勝手に話をしないように どうしてそんなことを? うん! わかりませんOK 失政官はステージするなら お知らせなくて kickedくのな Christをも知っていますね なるほど こうど だから街中に住民の姿が見えるようになるんだな ここでも 失政官が悪だくみしてるのかな や 最近まで失政官なんていなかったのに とうとうここに来て Das ist so. Erius? Sie sagen so, in dieser Stadt. Es ist egal, dass die Palastolare nicht möglich ist. Aber es ist nicht möglich, aber es ist nicht möglich. Vielen Dank, Dorio. Ehh... Ich bin... Ich bin mir dabei. oder nicht hin anwesenheit von dem wetter jetzt weiter reden bitte macht jetzt nicht mehr kraftziehten aber zu erklären okay okay patty ist nicht wieder bei uns hat kotzt mich jetzt schon an muss man jetzt wieder in die nächste dungeon gehen oder so damit die sich uns okay er muss mal machen ich dachte irgendwo draußen das war nicht okay ja 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 Das war's für heute. Vielen Dank, Herr Schoen, Herr Schoen! Meine Damen und Herren, ich bin Arif und meine Freundin Laila. Wie geht es mit deinem Vater und meiner Mutter? Er hat sich mit dem Schoen geholfen, und er hat den Feroe geholfen. Feroe? Aber was haben wir mit den Führern geschehen? Das heißt, dass wir die Stadt nutzen können. Nichts? Hey, Herr. Kannst du nach Hause gehen? Stop. Wenn Sie in den Führern gehen, können Sie sterben. Huh? Judis! Wir suchen uns. Das ist nicht so, dass wir in den Führern gehen. Ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich? Ich habe keine Ahnung. Das ist gut, Karol? Ja, das ist gut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Vielen Dank, meine Damen und Herren! Ich habe das für mich. Ich habe das für mich. Ich habe keine Ahnung. Doch. also machen wir das was wir sowieso machen wollten in die wüste gehen eine barriere in einer oase wenn ich herausgehe komplett wieder in unsere gruppe kommen dreck oder Was ist das? Ach, wir haben Zeit. Was ist los? Die Sande von Kogor. So, wir kommen auf die Westkarte. Ich glaube, er dreht durch. Ich glaube, es ist ein bisschen warm. Ich habe es sehr 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 warm. wir müssen immer irgendeine sachen machen da kommt immer noch eine andere sache läuft doch die ganze zeit schon so als wenn ich das schon wieder an ein tag in der sonne da ist ich da irgendwie die ganze gegnerin analysieren wahrscheinlich mit denen allen jahr hoch trainieren war mit juri im thema drachen schon gelernt wir sind hier im lenken oder für ich kann ein wo ich treffte überhaupt nicht weil die ganze zeit umfälle ich meine noch einmal sind wir alle voll langsamer aber ich sollte vielleicht mal die gegner ja analysieren doch vorher gar nicht kriegt doch bestimmt feuer steine da könnt ihr euch mal wieder denken im nächsten part haben wir wieder alle sachen gelernt ein paar level erreichen kann ich noch ein gelernt so wie immer einfach den jetzt so ein langsamer angriff weg du auch macht die mensch mit aller weg hätte jetzt auch nicht im team ist wieder klar stimmt ja naja zurück zur feldkarte das eigentlich wir gehen ja da sind wir schon sagen ich war ehrlich wenn sie extra zwei gebiete durch wären egal aber ich sagen wir ich trainiere auf screen meine charaktere wieder hoch also ich tue die nicht unbedingt hoch leveln aber da passiert halt zwischendurch muss ich meine dinge wieder auffüllen dann weiß ich nicht ich versuche wieder alle möglichen sachen zu lernen alle sachen herzustellen damit hat auch wieder aus dem weg geräumt ist und ja ein paar sachen am lernen und ja jetzt in folge sind wir dann wieder hier sehr gut vorbereitet und ja wir dann sagen dankeschön für zuschauen wird er hinterlasst doch ein like ein aber ein computer hat wird den kanal sehr viel weiterhelfen und ich sehe euch dann in der nächsten folge wieder tschüss ja 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 Ich habe immer noch eine Hälfte gemacht, aber ich muss sie mit euch einstellen, wenn ich mich ein bisschen essen will. Das ist es gut, damit ich so zu machen, dass ich etwas besser zu machen. Daher ist es so, dass ich die Hälfte von Ester selber habe. Ich habe sehr froh, dass ich mich für eine Züri von Jüdice besuche. Ich habe mich für jede Menge auf wilden Teufel, eine Fischelte, eine Katsache. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017